Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt. Das sehe ich auch, wenn wir es nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt, uns bestärkt in schweren Zeiten, Trost von uns zur Seite steht. Und bei allen Schwierigkeiten unseren Kreuzweg mit uns geht. Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran. Wenn wir denken, wir vergehen, fallen wie in Gottes Hand. Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinein. Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grau. Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit. Und im Glauben spüren wir eben einen Hauch Unendlichkeit. Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter ganz gewiss. und das Kreuz steht für die Wände, dass die Liebe stärker ist. Und im Glauben spüren wir eben bei den Ausfl